Hallo zusammen, Heizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Wundersteine der Bindung anzunehmen bei El Gorek. Ihr müsst auch nicht wenig bis zu ihm hinlaufen, könnt ihr vorhin hier einfach hin klicken, sollte funktionieren. Das ganze in Vashir habe ich die Tiefen an dieser Stelle in El Gorek drinnen. Und zwar ist hier der Eingang ziemlich tief unter Wasser. Einfach an dieser Stelle in diese Richtung schauen. Und da seht ihr so eine Kanalleitung in El Gorek hineingehen. Könnt ihr einfach hinein schwimmen. Aber man sieht es genau aber im Video zuvor Quest. Und zwar die Quest mit dem Annenreden. Und wie ihr seht man kann Heizoke auch aufmauten. Wundersteine der Bindung brauchen wir. Mal schauen wo wir die finden. Ich laufe einfach mal hier entlang. Allerdings außenrum. Weil in der Mitte scheint sauviel los zu sein. Ach Heizoke. Was ist denn da los? Und hier ist eine Wand. Also laufen wir nach oben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich abgekürzt habe. Oder ob ich eher einen langen Weg gelaufen bin. Will ich Champion. Den will ich nicht machen. Wundersteine der Bindung. Schaut mal. Wir haben hier diese Zwillichtanwärter. Die darf man jetzt töten. Wie diese Wundersteine der Bindung. Käfigschlüssel. Gefangene. Werde ich extra aufnehmen. Und Urwald der Leitung. Was passiert, wenn ich die mache? Also töten wir weiter diese Zwillichtanwärter. Ein Wundersteine der Bindung. Da haben wir einen. Also die Dropscholz ist glaube ich nicht mal bei 50%. Und wir brauchen insgesamt sieben Stück. Dementsprechend ich werde noch so eine Wundersteine der Bindung sammeln. Dann mache ich eine kurze Unterbrechung. Und melde mich sobald ich alle Steine habe. Weil die Quest scheint ewig zu dauern. Wird sonst ein riesen langes Video. Also dann. Ich sammle weiter diese Steine. Nicht wegschalten. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, ich musste dafür einige Mobs töten. Aber ich war der einzige in diesem Questgebiet. Dadurch ging es ziemlich flott. Best ist dann abzugeben. Ein paar Jahre go weg. In Vashiv habe ich die Tiefen an dieser Stelle in dieser Schildkröte drinnen. Hier ist der Eingang, falls ihr wieder hineinfinden müsst. Ziemlich tief unter Wasser. Einfach in diese Richtung schauen. Und da ist ein Kanalloch in diese Schildkröte. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet. und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wer wäre cool, wenn ihr auch da aufbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.